Also 150 Jahre Bethel und 150 Jahre, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und es ist Wahnsinn, dass eine Organisation so lange am Leben geblieben ist, auch durch die vielleicht sehr schwierige Zeit, gerade die NS-Zeit, dass es da geblieben ist und dass Menschen Tag und Nacht ihr Leben dafür widmen, dort zu sein und sehr viel dafür geben. Und damit meine ich alle, die Ehrenamtlichen, aber auch die, die dort ihren Beruf ausleben, die dort hingehen und ja, auch nicht zuletzt so Angehörige, die dort sehr viel Zeit verbringen und wahrscheinlich sehr, sehr dankbar sind, dass es Menschen gibt, die sich mit ihnen zusammen um ihre Kinder, Eltern kümmern. Ja, und ich wünsche natürlich viel, viel Glück für die Zukunft und Erfolg und dass es weiterhin so ein guter Ort bleiben kann. Und ich wünsche mir auch, dass vielleicht die Unterstützung noch viel, viel größer wird und wir alle ein bisschen dazu beitragen. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.